Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Darksiders 2! Ähm, ähm, warte mal. Äh, ähm, so, wo war ich denn? Ähm, wo, wo war ich denn? Wo musste ich denn hin? Also, ich meine ja, da... Nee, hier ist doch richtig, oder? Jetzt geh doch mal runter, du Depp! Du, hier müsste doch richtig sein. Ja, hier ist richtig. Hi! Die Herrschaften... Oh Gott. Ähm. Ja. Geht's weg, du! So. So, die Boys machen das jetzt. Dem, ey, da kriegst du ja kein Damage, der Junge. Lass das mal, Guti. Junge. Okay. Nächste, bitte. Kommt, ihr Pimmels. Steinschmeißen ist nicht, Junge. Das ist ja, also... Kommen wir denn da hin? So. Oh. Nö. Hm. Okay. So. Wer will nochmal? Hey, hey, hey. Gegner hinter mir mag ich nicht, hab ich mir schon mal gesagt. Du auch noch? Halt mir nicht viel aus, die Jungs da oben, ne? So, wie viel sind's denn jetzt noch? Ohohoho, hehehehe. Kann auch hauen. Das ist nicht so cool, ne? Du möchtest gern Champion. Ah! Also ich lache. Jämmerlich seid ihr. Jawoll. Noch einer? Hm, hm, hm? Hm? Na, sicher. Ja. Hö, hö, hö. Das war doch nicht so gemeint. Ja. 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 Jetzt lass doch mal. So, ne? Kannst du mal den richtigen angucken. Hallo, wo Kussnitzel? Oh, Junge. Ja, jetzt wird's doch ein bisschen knackig. Weil die Deppen hier mich jetzt hier einkesseln, oder was? Hallo? Lass mich mal raus, das ist unfair. Okay, jetzt ist es vorbei. Ich komm hier nicht mehr raus. Super. Super. Super Spiel. Super! Hallo? Oh, Alter. Wie bekloppt ist das Spiel grad? Alter! Wieso stirbt der nicht? Jetzt aber hier, Junge. Mal. Meine Güte. Das werden ja auch noch unsere schöne Gestalt. Die hätten wir auch mal nutzen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Oh, ne Kiste. Oh, oh, oh. Was war das? Ja, da war doch grad mal irgendwas, was besser war als meins, oder nicht? Oder hab ich das so bekommen? Jetzt muss ich gucken. Schockschaden wollen wir nicht. Hier haben wir grad das, ne? Das ist das Quatsch. Das ist alles Quatsch. Quatsch. Alles Quatsch. Okay. Hier liegt noch was. Hm, kannst du schon magischaden? Manischaden. Ein Talisman. Wir haben grad den da. Den ja. Hier bleiben wir neben. Sonst gibt's da hinten. Da ist noch was. Ich bin Manni. Na, wenn's jetzt zum Ende nochmal doof Angestellten, ne? Zu viel Heigetränke lang verbraucht. Dann fangen wir gut. Oh. Faktisch danke. Wow. Hier. Chance auf Krypte. Ja. Wir schauen mal. Ah, das hier war es. Nee, dann nicht. Dann nicht. Hier ist gleich. Schaden. Etwa gleich. Eigentlich sogar weniger. Also von daher. Dann fangen wir mal wieder in den Heiltank. Wo geht's hier lang? Davon ist ja eh zu, wie ich da ziehe, ne? Ja, ja. Ach, nö. Ach, nö. So, da ist ein Wasserfall. Und da oben? Wäre noch was. Brauch ich jetzt aber nicht hinkommen. Okay. Okay. Hä? Hä? Siehe gar nichts. Hier machen wir weiter. Da oben ist er noch. Hallo. Halt dich doch mal da oben fest, du Pimmel. Oh, willst du mich verarschen, Junge? Oh, ist das eine Kack-Kamera-Perspektive. Boah. Wie verpimmelt kann ein Spiel manchmal sein? Nein. Du Pimmel. Oh, ist das Spiel. Angsthaft, ne? Willst du, Junge? So. Alles meins. Ich hab's nicht verdient und ich brauch's nicht. Aber weh, ich krieg's nicht. So. Was ist hier Schönes? Oh, ein Kompats. Wollt ihr denn hier, Mensch? Habt ihr keinen Anstand? Kein Schamgefühl? Junge. Junge. Ja, ich dachte, ich kann mal einen Baum kaputt machen. Nur ein bisschen Geld. Wohnt sich ja gar nicht. Oh, ja. Ist hier was Schönes? Auch noch Geld? Hm. Ich mein, das sei jetzt nix. Aber. Oh, 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 okay. Ich vermute mal, du stehst hier nicht zum Spaß. Ich schätze mal, ich muss dich mitnehmen, ne? Äh, und jetzt? Ähm. Ähm. Ich guck mal da oben. Nix. Drüben wüsstens. Äh, da komm ich aber so nicht hin. Brauche ich das viel dafür, aber. Hat mir da auch nix. Da schmeckt ja anders. Äh. Wie soll ich da hochkommen? Das ist jetzt die künstlerische Frage. So auf den drauf springen kann ich ja nicht. Hä? Ach, wenn der Kollege tot, das hier mal richtig machen würde, immer. Hier geht's ja auch nicht, weil doch da. Haha, okay. Okay. So, und nun? Du sollst noch... Oh, Pummel! Ich fass es doch nicht. Ach, das ist manchmal schon ein bisschen blöd, die Steuerung, ne? Genau das. Er soll nach oben und geht zur Seite. So, jetzt bin ich hier. Und nun? Okay, was war der Hampelmann da unten? So, er ist für hier. Da brauche ich auch noch einen. Also, ich muss auf jeden Fall den von da unten mit hochholen. Mit dem Aufzug. Okay, wir laden, sehen wir in der nächsten Folge von Darksiders 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.